Vielen Dank, Ralf. Vielen Dank für die Einladung hierher. Wenn man in der Provinz wohnt, kommt man ja gerne mal nach Berlin. Besonders einen schönen Sommer. Ich muss ganz doll da reinsprechen. Okay. Ja, ich kann vielleicht vorab sagen, mit dem Thema Discovery, wie Ralf Stockmann gesagt hat, habe ich damit in der Tat schon lange zu tun, wobei es am Anfang gar nicht Discovery hieß, das hieß Katalog 2.0 oder Next Generation Katalog. Es ging aber immer ums selbe, es ging um eine Renovierung des Kataloges und tatsächlich habe ich mich damit schon eine ganze Weile auseinandergesetzt, habe jetzt kürzlich gedacht, als ich in Bremen war auf dem Bibliothekartag, Mensch, das, was ich jetzt gerade mache in Lüneburg, kleine Bibliothek, wir sind ungefähr 25 Leute, keine IT-Abteilung. Das ist nicht mehr so schön, wie das, was ich mit Beluga gemacht habe. Wenn man eine IT-Abteilung hat und viel selber entwickeln kann, hat man ganz andere Möglichkeiten bei dem Thema. Aber darauf komme ich noch zu sprechen, glaube ich, denn ich werde Ihnen ein bisschen was über Discovery auch allgemein erzählen, aber dann tatsächlich auf die Beziehungskrise eingehen, die wir als Bibliotheken, als Organisation mit dem Thema haben und vielleicht auch als Bibliothekarinnen und Bibliothekare. Und ich möchte einsteigen mit einem Zitat, was letzte Woche, nee, vorletzte Woche, was ja in Bremen gefallen ist. Da hat ein Kollege gesagt, seit wir Discovery haben, werden unserer IT auf einmal Fehler in Katalogisaten und Normdaten vorgeworfen. Und das beschreibt das Problem. Niemand hat jemals die IT angerufen bei einem Katalog, was falsch war. Da wären wir im Traum nicht drauf gekommen. Wir müssen jetzt manchmal bei der IT anrufen, weil wir es selber nicht verstehen, wie dieser Fehler entstehen konnte. Wir wissen, dass unser eigenes Katalogisat vielleicht richtig war, jedenfalls als es entstanden ist, und durchschauen aber alles, was dahinter kommt, nicht mehr. Und dieser Satz ist sehr symptomatisch für das, über was ich sprechen möchte. Und dass er von einem Kollegen aus der UB Leipzig kommt, soll Ihnen zeigen, Sie sind nicht allein damit, dass Sie die IT anrufen müssen bei diesem Problem. Das geht ganz vielen Kolleginnen und Kollegen auch so, in deren Häusern Discovery eingeführt worden ist. Ich erzähle Ihnen das als Agenda. Ich erzähle Ihnen kurz was zu Hintergründen und Funktionsweisen der neuen Kataloge, zum Einfluss auf Bibliotheken als Organisation, zu Bibliothekarinnen und Bibliothekaren und Discovery. Und ich möchte eine kleine Agenda für die Zukunft aufstellen, was das Thema bringen mag. Denn es ist ein junges Thema und wir sind damit ja beileibe noch nicht am Ende, sondern eher noch am Anfang. Die neuen Kataloge. Womit haben wir es da zu tun? Ralf Stockmann hat gesagt, ich habe irgendwie 2008 angefangen. Ich war damals in den USA gewesen und habe mir angeguckt, wie in Bibliotheken Softwareentwickler eingestellt wurden, die gesagt haben, ach, dieses Bibliothekssystem, das ist gar nicht so schick. Es gibt doch Open-Source-Indexierungsmaschinen und lass uns doch mal da unsere bibliografischen Daten reintun und schauen, was passiert. Habe ich gedacht, das ist ja toll. Wenn man die Bibliotheken renovieren will, dann wäre es doch gut, bei dem Katalog als Herzstück anzufangen. Das ist ja unser Herzstück. Das ist das, was wir alle täglich benutzen, was wir erstellen und es war zu dem Zeitpunkt ja schon klar, Mensch, mit Bibliotheken muss was passieren, sonst verlieren wir ein Monopol. Darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Es ist so, wir gucken aber zurück auf mindestens 100 Jahre Kataloggeschichte, jedenfalls wenn wir geordnete Kataloge mit Standards und Regelwerken angucken und es gibt noch viel ältere Kataloge, wie wir alle wissen. Wir haben seit ungefähr 40 Jahren den OPAC, den Online Public Access Katalog, der eigentlich so ein Abfallprodukt aus der Bibliotheksautomatisierung gewesen ist, nie wirklich für Nutzerinnen und Nutzer gedacht worden ist und der vom ersten Tag an eigentlich beforscht worden ist mit dem Ergebnis, dass Nutzerinnen und Nutzer das eigentlich nicht kapieren, wie man mit diesem Tool thematisch sucht. Also wie man da rausfindet, ob die Bibliothek ein bestimmtes Buch hat, okay, aber wenn man jetzt was sucht zu Frauen im Baseball in den USA der 40er Jahre, dann wird es halt schon mal schwieriger. Hier ist Discovery angetreten und wir werden darüber auch noch sprechen, ob Discovery da ein Problem lösen kann. Wir haben es mit diesem System erst seit ungefähr zehn Jahren zu tun und mein Punkt hier mit dieser Folie ist, das ist eigentlich nur ein Wimpernschlag. Das ist eine ganz, ganz kurze Zeit und wir alle haben eine viel längere Geschichte mit dem Thema erschließen, suchen, finden, Metadaten und wir arbeiten erst seit zehn Jahren ungefähr damit, in manchen Häusern eben weitaus kürzer, vor zehn Jahren haben die ersten angefangen, damit das ganze Problem anders anzugehen. Deswegen, also das soll bedeuten, dass man sich keinen Stress machen muss, wenn es noch nicht so toll funktioniert, denn ich glaube für die Katalogstandards damals haben wir auch ein bisschen gebraucht. Das Motiv für die neuen Kataloge, habe ich eben schon angedeutet, war ein Stück weit ein Monopolverlust. Es gab Anfang der Nullerjahre Studien, wie diese hier von OCLC, die gezeigt haben, wo fangen Leute eigentlich an, nach Informationen zu suchen. Solche Bilder kennen Sie aus tausend anderen Vorträgen, aber es ist trotzdem wichtig, sich das nochmal zu vergegenwärtigen. Wo fangen Leute an zu suchen? Nicht im Bibliothekskatalog. Wo die Bibliothek früher ein Monopol hatte darauf, wissenschaftliche Informationen zu bieten, ist es jetzt eine Suchmaschine, in der Regel Google. Nur zwei Prozent der Befragten in dieser Umfrage haben angegeben, sie beginnen ihre Suche im Bibliothekskatalog. Der zweite Hintergrund war auch zu Beginn der Nullerjahre ungefähr, dass eine neue Form von Benutzerforschung Einzug gehalten hat bei uns in Bibliotheken. Dass wir mit sogenannten ethnografischen Methoden geguckt haben, wie arbeiten die Leute bei uns in den Häusern überhaupt. Da ist dann sowas bei rausgekommen, das ist aus einer dänischen Studie, die haben die Studierenden mal Tagebücher führen lassen. Was machen sie eigentlich? Wo fühlen sie sich wohl? Also die haben zum Beispiel lieber Sitzbälle als ordentliche Stühle oder die brauchen Platz für beides, für gedruckte Medien und für Computer. Und sie werden gefragt, wie erlebt ihr eigentlich die Bibliothek, wie gut klappt das, wenn sie eine Bibliothekarin um Rat fragen. Und aus diesen Studien heraus ist, speziell aus dieser, aus der diese Bilder hier kommen, sind dann die ersten Discovery-Systeme entstanden. In dänischen Aarhus war das zum Beispiel der Fall, das erste Mal in Europa. Die haben eine große Studie gemacht, die ganz interessante Ergebnisse hat. Die haben dann nämlich gesagt, unsere Bibliothek hat nur drei Nutzergruppen. Das eine sind die Arbeitsbienen, das andere sind die Bibliotheks-Enthusiasten. Und dann gibt es eine Gruppe von Drive-In-Usern, die nur reinkommen, Buch vom Regal nehmen und wieder rausrennen. Und dann haben die sich überlegt, wie können wir unsere Services für diese Nutzergruppen besser machen. Also für die Bibliotheks-Enthusiasten brauchen wir mehr Sitzmöbel. Und für die, die es schnell haben wollen, müssen wir aber bessere Findmittel hergeben als unseren Katalog. Und das war so ein bisschen das Motiv. Und tatsächlich, die ersten Discovery-Systeme haben Bibliotheken selber entwickelt. Da hatte EBSCO oder Summon oder Ex Libris oder wer auch immer da draußen ist, nichts mit zu tun. Wir haben heute aber eine etwas andere Situation. Leute, die über Discovery-Systeme reden, reden oft von Systemarchitekturen, weil wir es tatsächlich mit verschiedenen Datenbanken zu tun haben, mit verschiedenen Systemen, die irgendwie zusammenspielen müssen. Und wir haben, ich hatte es schon angedeutet, drei große kommerzielle Anbieter auf dem Markt, die uns, sie sagen, sie wollen uns dabei unterstützen, manchmal machen sie uns auch die Arbeit schwer. Aber die gibt es und die spielen damit rein. Und vielleicht noch zum Abschluss der Hintergründe ein paar Folien, die das illustrieren. Systeme in Bibliotheken, was Sie da sehen, LBS, lokales Bibliothekssystem, das ist so das Klassische, was wir haben auf der linken Seite der Folie. Wir haben Erwerbungsmodulen, Katalogisierungsmodulen, in Ihrem Fall ja wohl ein extra Ausleihmodul, ist noch so. Und ein OPAC, die haben alle ihre speziellen Aufgaben. Und dann sind in den letzten Jahren noch andere Systeme dazugekommen. Wir müssen zum Beispiel in Lüneburg unsere Rechnungen zu SAP rüberschaufeln. Es gibt Electronic Resource Management Systeme. Es wird immer davon geredet, dass Systeme Schnittstellen und APIs brauchen. Also das LBS an sich, das lokale Bibliothekssystem, ist gewachsen. Und daneben sind dann diese Discovery-Systeme entstanden, in die die Daten aus dem LBS irgendwie rein müssen. Das Discovery-System besteht in der Regel aus einem großen Index mit kleinen Subgruppen. Eine Subgruppe dieses großen Index, davon könnte Ihr lokaler Datenbestand sein. Und zu diesem Index gehört dann immer noch ein User Interface, also eine Benutzungsoberfläche. Verwirrenderweise kann man das auch getrennt voneinander kaufen. Ich kann also, naja, nicht wirklich bei Anbieter A und bei Anbieter B einkaufen, aber ich kann bei EBSCO den Index kaufen und meine Daten da reinschaufeln und dann eine ganz andere eigene Benutzeroberfläche da drüber stricken. Also das ist ein bisschen komplizierter geworden. Wir waren ja gewöhnt daran, das alles aus einer Hand zu kaufen. Ist jetzt nicht mehr so. Dann spielt noch das Thema Link-Resolver damit rein. Sie haben SFX, wie ich gehört habe. Das muss ja auch irgendwie gepflegt werden. Das gehört da auch integral mit dazu, denn nur der Link-Resolver ist in der Lage, zu einem elektronischen Volltext auch den richtigen Weg zu weisen. Das bedeutet tatsächlich, das ist ein sehr komplexes Zusammenspiel. Deswegen spricht man von Systemarchitekturen. Und wenn man sich fragt, warum was nicht zu finden ist oder warum da ein Fehler in einem Katalogisat ist, dann ist es gut, diese Hintergründe zu kennen. Vielleicht nochmal zur Systemarchitektur von Discovery-Systemen. Die haben immer, da unten das tiefgelbe, das ist das Metadata-Repository. Die haben einen ganz großen Topf erstmal, wo sie verschiedene Metadaten reinrühren, die aus unserem Katalogisierungssystem kommen können. Das können LBS-Daten sein, also Pika-Plus-Daten letztendlich, wenn man über Datenformate redet. Das sind aber auch, da geben die Anbieter ja auch gerne mit an, dass sie ganz viele verschiedene Ressourcen zusammensammeln. Das können dann Markt-Daten sein, Map-Daten. Da draußen sind, je nachdem, über was wir reden, über welche Anbieter oder Repositories oder was auch immer, sind verschiedene Metadatenformate. Irgendwie müssen die alle in einen Topf und die müssen dann auch alle über einen Kamm geschert werden. Die müssen alle gleich gemacht werden. Also aus unseren Pika-Plus-Daten werden über so ein Metadaten-Toolkit oder irgendwie ähnlich heißen solche Sachen, die werden auf einen Nenner gebracht, auf ein internes Format. Daraus entsteht dann quasi nochmal ein Index, der auf Sie zugeschnitten ist. Jetzt hier als Staatsbibliothek Berlin, da sind Ihre Katalogdaten drin und dieser Index weiß, welche elektronischen Ressourcen Sie lizenziert haben, welche E-Books Sie lizenziert haben und besteht also nochmal aus so einer Art von Knowledge-Base. Das kennen Sie vielleicht, wenn Sie sich mit SFX schon beschäftigt haben, da mussten Sie das ja auch aufbauen. Dann gehört zu einem Discovery-System noch eine Suchmaschine. Die ist dafür zuständig, dass die Anfragen von Benutzerinnen und Benutzern verarbeitet werden. Die Suchmaschinen machen dann auch so schlaue Sachen, die der Bibliothekskatalog nie gemacht hat und was unsere Nutzer immer moniert haben, Rechtschreibprüfung. Also Sie vertippen sich und da kommt dann ein freundliches Meinten Sie vielleicht oder während Sie anfangen zu tippen, wird automatisch der Suchbegriff vervollständigt oder die Eingaben, die Sie machen, werden gar automatisch trunkiert. Sie müssen nicht überlegen, ob es ein Sternchen oder ein Fragezeichen war, was Sie am Ende machen mussten. Das sind alles Funktionalitäten, die aus der Suchmaschinentechnologie kommen und das war auch das, was diese ganze Veränderung getrieben hat, damals vor zehn Jahren, dass Suchmaschinentechnologie, dass es Open Source und frei verfügbar war und dass wir damit selber arbeiten konnten. Und dann gehört ein User Interface dazu, also eine Benutzungsoberfläche, die kann selbst gemacht sein, den haben Sie vielleicht schon von WooFind gehört, geschrieben VUFind, also da gibt es sogenannte Open Source Lösungen, die verfügbar sind. Manche Bibliotheken bauen ihr eigenes Interface, weil sie so spezielle Sachen haben. Also ich weiß aus Leipzig, da gibt es Musikbibliothekarinnen und Bibliothekare, die sich ganz spezielle Funktionalitäten wünschen, dass es bestimmte Facetten gibt und sowas. Dann ist das, wenn man spezielle Wünsche hat, ist es natürlich gut, wenn man eigene Kontrolle über diese Systeme hat. Man muss dann natürlich auch die Leute haben, die das programmieren können. Aber theoretisch ist es möglich. Und dann hat so ein Discovery-System auch immer nochmal Schnittstellen nach außen, also Sie können die Literatur, die Sie finden, in Listen zusammenfassen und raus exportieren, Richtung Literaturverwaltungsprogramme und Ähnliches. Also das Discovery-System selber ist als Teil einer großen Systemarchitektur in der Bibliothek auch nochmal ein in sich recht komplexes System, das es sich lohnt, kennenzulernen. Kommen wir zum Punkt Discovery und Bibliotheken. Wie beeinflusst uns das Thema Discovery als Organisation? Zunächst einmal ist es so, dass Discovery alle Kernbereiche bibliothekarischer Arbeit betrifft. Das betrifft Sie, wenn Sie an der Auskunft sitzen, weil Sie jetzt nicht nur den Katalog haben, sondern Sie haben auch noch Stabi-Cut-Plus, Stabi-Cut-Plus, nicht nur Stabi-Plus, Stabi-Cut-Plus. Also da haben Sie jetzt den alten Katalog und den neuen Katalog. Das betrifft Sie, wenn Sie Schulungen machen, wenn Sie Informationskompetenz vermitteln. Das betrifft Sie als Katalogisiererin, weil Sie sich vielleicht wundern, warum irgendwas, was Sie sorgfältig, liebevoll mit SWD-Daten versehen haben, nicht so gut auffindbar ist. Es betrifft Sie als Erwerberinnen und Erwerber, wenn Sie schauen müssen, dass das E-Book-Paket, was Sie gekauft haben, tatsächlich auch über das Discovery-System auffindbar ist. Discovery fordert uns auch heraus dazu, Geschäftsgänge und Zuständigkeiten neu zu überdenken. Und wir können beim Beispiel E-Medien-Erwerbung bleiben. Wir müssen halt schauen, dass das E-Medien-Paket nicht nur erworben wird. Also jemand im Bestandsaufbau trifft eine Entscheidung darüber, wir kaufen dieses Buch oder dieses Paket mit diesen hunderten von Einzeltiteln, dann muss das im Katalog verzeichnet werden. Aber Sie müssen auch Ihrem Link-Resolver erzählen, dass Sie das haben, und Sie müssen dem Discovery-System erzählen, dass Sie das haben. An dem Punkt fängt an, Katalogisierung nicht mehr Katalogisierung zu heißen, sondern Metadatenmanagement. Das haben Sie vielleicht schon in Stellenausschreibungen gesehen. Es werden selten nur noch Katalogisiererinnen gesucht, sondern Metadatenmanagerinnen. Und das hat damit zu tun, dass es nicht mehr nur darum geht, irgendwas im Katalog zu erfassen, sondern dafür zu sorgen, dass diese Informationen auch in diese anderen Systeme meandern. Und das bedeutet oft zwangsläufig für Bibliotheken, dass man nochmal darüber nachdenken muss, ob der Geschäftsgang, den man hatte, ob der so gut ist. Metadatenmanagementsabteilungen sind im Aufbau, wie ich gehört habe. Von daher können Sie das wahrscheinlich bestätigen und passiert genau das schon bei Ihnen. Die Erfahrung zeigt aber auch, dass die Einführung eines Discovery-Systems ein ganz klassischer Veränderungsprozess ist, weil es so viele von uns betrifft. Und das bedeutet auch, wenn es ein Veränderungsprozess ist, dann braucht er entsprechendes Management, entsprechende Betreuung. Man muss sich das überlegen, wie man das aufziehen will. Wie ich gehört habe, hat es ja hier auch eine relativ große Gruppe gegeben, die sich initial mit dem Thema beschäftigt hat. Wie gehen wir vor? Was wählen wir aus? Aber wir haben es halt damit zu tun, dass ein neues System im Spiel ist, dass dieses System anderen Regeln gehört, als die, die wir uns selber gesetzt haben, unsere bibliothekarischen Regeln. An die Einführung werden auch sehr hohe Erwartungen geknüpft. Wenn ich anfangs gesagt habe, wir leiden darunter, dass wir ein Monopol verloren haben, dann kann man ja im Umkehrschluss sagen, ja, gewinnen wir Land zurück, wenn wir ein Discovery-System einführen. Manchmal klingt es so, wenn ich mich selber reden höre, aber auch wenn ich an Verkäufer von Discovery-Systemen reden höre, dann klingt das immer so ein bisschen, als wenn das jetzt das Heil der Welt ist und das uns rettet. Und in der Tat kommt mir das manchmal so ein bisschen so vor, als ob das Thema Discovery neben anderen eine neue heilige Kuh ist, mit der wir es zu tun haben. Andere heilige Kühe moderner Art sind sowas wie Digitalisierung, was ein Haus wie Iris natürlich im großen Stil betreibt und betreiben muss. Andere Bibliotheken legen einen Schwerpunkt auf Informationskompetenzvermittlung und sagen, das ist die Zukunft. Wieder andere Bibliotheken reißen alle Mauern ein, bauen neu auf, bauen mit Sitzbällen und noch absurderen Möbeln Bibliotheken, die Wow-Effekte erzeugen. Es gibt eine ganze Reihe von Themen, die im Moment sehr, glaube ich, leidenschaftlich auch kontrovers diskutiert werden. Und denen gemein ist, dass sie so ein Stück weit den Anspruch erheben, das Bibliothekswesen retten zu wollen oder das retten zu wollen, was zu retten ist. Ich glaube, dass Discovery das Bibliothekare-Stiftthema von allen ist und dass es sich deswegen besonders gut eignet, womit ich die anderen heiligen Kühe jetzt nicht schlecht reden will. Was sich aber in der Bibliothek tatsächlich von der Einführung von Discovery-Systemen versprechen kann, ist sowas wie ein Return on Investment. Also wir geben viel Geld aus für elektronische Ressourcen. Discovery-System wird, und das zeigen viele Studien, die Nutzung der elektronischen Ressourcen verbessern. Wir haben in Lüneburg über 50% Verbesserung gesehen, gemessen gleich in den ersten Monaten. Das geht also relativ schnell hoch, denn das Discovery-System macht ja ganz viel sichtbar von diesem Eisberg, mit dem wir es da zu tun haben. Sie haben, ich weiß nicht wie viele tausend E-Journals hier lizenziert, von weiten Teilen werden Sie über das Discovery-System Metadaten auf Artikellevel finden können. Also Sie sparen sich die Fachbibliografie und die Leute kommen direkt zu dem von Ihnen für teuer Geld lizenzierten Volltext. In Bremen habe ich auch eine Studie gehört aus Kanada, die hat gesagt, es gibt auch weniger Fernleihen und es gibt auch weniger Ausleihen, hören wir natürlich nicht so gerne, wenn wir unsere DBS-Statistiken im Blick haben, aber grundsätzlich sind das ja aber auch alles Sachen, die einen Haufen Arbeit machen. Also Discovery kann wirklich was verändern, langfristig im Nutzungsverhalten unserer Bibliothek und bessere E-Ressourcen-Nutzung und weniger Fernleihen sind ja Sachen, die wir an sich gut finden. Das Problem ist bloß, Discovery-Systeme funktionieren nicht out of the box. Sie können nicht ein System kaufen und einsetzen, also irgendwie an den Strom stecken sozusagen und ihre Daten da reinschaufeln und das funktioniert gut, es gehört mehr dazu und das ist der Punkt, wo wir dann als Bibliothekarinnen und Bibliothekare ins Spiel kommen und das ist manchmal nicht leicht, deswegen der Vortragstitel mit der Beziehungskrise. Ich kann auch hier sagen, das geht nicht nur Ihnen so, die Kolleginnen und Kollegen aus der Elib in Bremen, wohlgemerkt das erste deutsche Discovery-System, wenn man so will, hat jetzt in Bremen nochmal gesagt, Nutzerinnen und Nutzer sind leichter von Discovery zu überzeugen als Bibliothekarinnen und Bibliothekare, da können Sie jede Bibliothek fragen, die Discovery einführt, denen geht es so. Also es ist auch bei mir so, in meiner Einrichtung und es gibt auch viele gute Gründe, warum wir uns, warum wir kritisch hingucken sollten. Ich möchte mal ein paar Probleme aus bibliothekarischer Sicht aufzählen. Drei, um genau zu sein. Discovery ist zu vereinfacht, sagen viele. Das macht dumm, das macht zumindest unsere Daten dumm, vielleicht auch unsere Nutzerinnen und Nutzer im schlimmsten Fall. Discovery produziert viel zu viele Ergebnisse, da kann ja kein Mensch mit umgehen, mit 120.000 Treffern oder noch mehr. Und dann ist das auch so ungenau, was kommt da eigentlich raus? Den Katalog, den konnten wir ja wunderbar berechnen. Wunderbar. Wir wussten doch eigentlich ungefähr, was wir erwarten, wenn wir eine Suchanfrage wie Corporate Sustainability in den Katalog reinhauen, dann wissen wir ungefähr, was passiert, also was im Hintergrund passiert und was wir zu erwarten haben. Hier wissen wir das nicht mehr. Auf diese Probleme möchte ich jetzt noch mal genauer eingehen. Zu vereinfacht wird dem Discovery-System oft vorgeworfen und in bibliothekarischen Kreisen werden Websites wie diese hier sehr kontrovers diskutiert. Das ist das Beispiel einer schwedischen technischen Bibliothek, wie ich vielleicht einschränkend dazu sagen muss. Deren Website besteht eigentlich aus nichts anderem mehr als dem Discovery-System. Search for Books, Articles, Databases, Thesis. Also hier ein Suchschlitz für alles. Ich muss nicht darüber nachdenken, ob ich jetzt ein Buch will oder ein Artikel. Die versprechen, ich kann alles mit einem Suchschlitz erschlagen. Das ist vielen Bibliothekarinnen und Bibliothekarinnen nicht geheuer und deswegen wurde als Alternative sowas eingeführt wie Bento-Boxen, was ich damit meine, oder getappte Lösungen, habe ich es auch mal genannt selber. In der internationalen Diskussion heißt das eher Bento-Boxen. Damit meine ich sowas. Sorgfältig sortierte Trefferlisten, wie auf einem Tablett in einem japanischen Restaurant, wo sie das alles in kleine Päckchen verteilt haben und hier haben sie zumindest zwei große Abteilungen in der Trefferliste einmal Books and More und einmal Articles and More. Mit der Trennung nach diesen Formaten, nach den Medientypen, scheint uns allen ein bisschen wohler zu sein. Das ist möglicherweise der Grund dafür, warum, glaube ich, knapp über die Hälfte, ich habe jetzt gerade nochmal Zahlen gesehen, knapp über die Hälfte aller Bibliotheken, die ein Discovery-System einsetzen, entscheiden sich für so eine Lösung, eine getrennte Lösung, eine Bento-Box-Lösung. Dieses schwedische Beispiel, ein Suchschlitz für alles, eine Trefferliste für alles, die fällt ein bisschen ab. Das hat auch handfeste technische Gründe, sagen zumindest einige. Die Erklärung dafür will ich Ihnen jetzt ersparen, aber im Moment ist sowas eher der Trend. Und das hilft dann auch bei dem zweiten Problem, dass die Treffermengen vielfach als viel zu groß empfunden werden. In Belgien haben Kollegen eine Studie dazu durchgeführt, wie das Discovery-System eigentlich wahrgenommen wird. Das ist eine total interessante Studie, die heißt Where are my Mark Records? Also verzweifelte Bibliothekare suchen nach Überresten ihrer Erschließungsarbeit im Discovery-System. Und da gibt es Statements in dieser Studie, zu denen müssen die Bibliothekarinnen und Bibliothekare da Stellung nehmen. Und hier gibt es ein Statement, das heißt also, es gibt so viele, die Treffermenge ist so groß, ich glaube, dass sich die Nutzerinnen und Nutzer dann darin verlieren werden. Was glauben sie? Und da sagen eigentlich fast 80 Prozent der Befragten, ja, also entweder, glaube ich, dass auf jeden Fall strongly agree, oder zumindest wird agree, zumindest wird zugestimmt. Die Größe der Treffermengen wird also von einer ganz überwältigenden Menge als problematisch beschrieben, weil sie verwirrend für Benutzerinnen und Benutzer sind. Ich möchte gerne diesen Punkt hinterfragen, von Bibliothekaren, ja, Entschuldigung, ja, danke. Ich möchte das aber hinterfragen, ich möchte mal fragen, woher wir überhaupt wissen, dass große Treffermengen schlecht für unsere Benutzerinnen und Benutzer sind. Also, ein Kollege aus Norwegen hat dazu mal gesagt, Librarians think that users need to eat their greens. Sind wir sozusagen die Gemüsehändler, die ordentliche Ernährung verkaufen versus sowas wie Google, wo alles als Fertigprodukt drin ist. Ich finde, es lohnt sich zumindest darüber mal nachzudenken. Ich glaube, dass es gut ist, dass wir für gesunde Ernährung werben und für Gemüse, aber vielleicht sollten wir es nicht mit diesem Anspruch tun. Wir haben, was diese Treffermengen angeht, Studien, die zeigen, die Leute bleiben nur auf der ersten Seite. Das heißt, wir müssen uns sorgfältig darum kümmern, was steht da auf der ersten Seite. Deswegen wird das Thema Ranking immer intensiv diskutiert. Wenn man über Discovery redet, wie sorgt man dafür, dass gute Treffer auf der ersten Seite sind? Das berührt dann irgendwann ethische Themen in uns. Sollte man das überhaupt machen? Sich darüber Gedanken machen? Fakt ist aber, dass man vielleicht nochmal überlegen sollte, warum wir eigentlich meinen, was gut für unsere Nutzerinnen und Nutzer ist. Das nächste Problem, zu ungenau und zu obskur, Discovery-Systeme sind eine Blackbox, zumindest im Vergleich zum Katalog, was ja unser Vergleichsmedium ist in diesem Fall. Wir fragen uns, was passiert eigentlich mit unseren Metadaten? Wir fragen uns, wie funktioniert das Ranking? Wir fragen uns, warum finde ich den Aufsatz XY nicht oder das Buch oder die Noten oder die Karte? Sie katalogisieren ja hier eine sehr bunte Bandbreite an Formaten. Also streichen Sie den Aufsatz durch eine Karte und dann haben Sie es. Das fragen Sie sich möglicherweise. Dafür möchte ich gerne auf zwei Lösungseinsätze eingehen. Ich glaube, dass es wichtig ist, Klarheit über die Architektur und die Funktionsweise von Discovery-Systemen zu gewinnen. Das, was ich eben angefangen habe zu erklären, diese schematischen Folien, andere sehen so aus oder so. Und ich erlebe auf Bibliothekartagen, Verbundkonferenzen immer, dass ganz viele Leute rausgehen bei diesen Vorträgen. Wer da rausgeht, darf sich nicht beschweren, dass der Aufsatz nicht gefunden wird oder dass sie es nicht verstehen. Sie müssen da ein bisschen rein. Sie müssen das ein bisschen verstehen. Ich habe kürzlich noch mal selber nachgelesen, die Sache mit dem Vektorraummodell und TF-IDF, das sind so Ranking-Algorithmen. Es ist nicht verkehrt, da sich noch mal an die informationswissenschaftlichen Grundlagen zu erinnern, die man irgendwann im Studium mal, denen man vielleicht mal begegnet ist. Es ist wichtig, sich auf diese Hintergründe von Discovery-Systemen einzulassen, denn nur dann findet man auch wirklich die Antworten auf die Fragen nach Ranking, Metadaten und Abdeckung des Index. Was ist da jetzt eigentlich drin? Machen Sie sich das klar, was da eigentlich passiert und wie das passiert. Also wie kommt Ihr Katalogisat da überhaupt rein? Was passiert dann damit? Wie arbeitet diese Suchmaschine? Wie funktioniert das Ranking meinetwegen? Wer die Hintergründe kennt, das glaube ich ganz sicher, kann Discovery-Systeme besser machen. Dann können Sie nämlich nicht die IT fragen, warum das Katalogisat falsch ist, sondern der IT sagen, hier, ich glaube, das sollten wir besser machen. Sie müssen aber auch Klarheit über grundverschiedene mentale Modelle gewinnen, die Sie von Ihren Nutzerinnen und Nutzern unterscheiden. Wir haben auf der einen Seite unser bibliothekarisches Modell davon, wie Suche funktioniert. Wir alle wissen, Metadaten sind was Strukturiertes, die Gehorchen regeln. Wenn wir Corporate Sustainability eingeben, dann wird auch Corporate Sustainability gefunden und nicht noch Sustaining Corporate Firms in Ghana oder was auch immer. Also dieses Exact-Match-Prinzip. Wir haben normierte Benennungen, darauf sind wir zu Recht stolz, dass wir seit Jahrzehnten gepflegte Normdateien haben, die uns helfen bei unterschiedlichen Schreibweisen, Ansetzungen und so weiter. Wir sind darauf aus, dass vollständige Ergebnismengen geliefert werden. Wir sind stolz auch auf die Neutralität unserer Kataloge. Wir bewerten nicht, was der beste Treffer ist, sondern wir sortieren erst mal ganz neutral nach Erscheinungsjahr, weil wir ziemlich genau wissen, dass eine Relevanzentscheidung eine schwierige Sache ist. Für jemanden, der gerade eine Dissertation schreibt, ist was anderes relevant, als für jemanden, der ein Pro-Seminar zu einem Thema besucht. Und wir glauben, dass es nichts Verkehrtes ist, dass die Benutzung unserer Tools in Schulungen gelernt werden muss. Und wir haben auf der anderen Seite erforscht durch die ethnografischen Methoden, unter anderem, die ich genannt habe, das Modell von Nutzerinnen und Nutzern. Und das sieht ziemlich anders aus. Die wollen mit einem Klick zum Text. Also bibliografische Daten sind schon mal überhaupt nicht interessant. Relevant ist, was im Volltext verfügbar ist, oder zumindest was auf dem Regal steht, was in meiner Nähe ist. Oder relevant ist das, was viele andere auch genutzt haben, wo ich sicher sein kann, dass das gut ist. Ich bin zufrieden mit einem Bestmatch. Ich freue mich sogar darüber, dass automatisch mit meiner Suchanfrage was passiert, dass da automatisch trunkiert wird und ich dann auch ähnliche Sachen finde. Und ich finde vielleicht als Nutzerin gar nicht unbedingt, dass ich eine Schulung besuchen muss. Ich finde, dass ich selber ganz kompetent bin und dass ich einfach ein paar Mal ausprobiere oder jemanden neben mir frage und dann weiß, wie ein System funktioniert. Ein österreichischer Kollege hat vor zwei Jahren einen schönen Satz gesagt, den möchte ich Ihnen gerne vorlesen, weil der so schön ist. Ich betrachte die großen Probleme, die viele Bibliotheksmitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Discovery-Systemen haben, in gewisser Weise als ausgleichende Gerechtigkeit. Jahrelang wurden Benutzerinnen und Benutzer dazu gezwungen, Recherchewerkzeuge zu verwenden, die nicht ihren Anforderungen entsprachen und die gleichsam aus einer fremden Welt stammten. Nun hat sich die Situation umgekehrt. Wenn Sie an der Auskunft sitzen und einfach mal versuchen, die Perspektive einzunehmen von denen, die da an der anderen Seite stehen, wie viel verstehen die davon? Überlegen Sie, wie groß der kognitive Aufwand ist, der da nötig ist, um zu entscheiden, ob was ein gutes Buch ist oder nicht, ob es sich jetzt lohnt, das aus den Tiefen des Magazins zu bestellen und darauf zwei Stunden zu warten. Wir alle haben dafür gute Strategien. Ich weiß noch, als ich in der Stabi Hamburg gearbeitet habe, da habe ich mal ein Erstsemester davon abgehalten, ein Pixie-Buch zu Vulkanismus zu bestellen. Die hat einfach die bibliografischen Angaben nicht gelesen. Das war so klar. Hamburg, Carlsson, Reihe Pixie, Sie wissen oder so. Das ist ein Extrembeispiel. Was aber illustriert, Sie wissen total viel mehr, Sie gucken einen Datensatz an und Sie wissen, was ein guter Verlag ist. Sie wissen, Gott, wenn der Aufsatz eine Seite hat, dann bestell den mal lieber nicht per Fernleihe. Würde ich jetzt nicht. Aber da gibt es viel, was Sie mitteilen können und Sie dürfen nicht vergessen, dass Sie ein großes Wissen haben, was der anderen Seite fehlt. und Discovery eröffnet da insofern auch wieder neue Chancen, dieses Wissen dann anzubringen. Deswegen komme ich jetzt zu dem letzten Teil. Discovery, eine Agenda für die Zukunft. Was müssen wir eigentlich, was steht an bei dem Thema? Sie haben jetzt ja Ihr System erst seit sehr kurzem im Einsatz und sicherlich brauchen Sie noch ein paar Jahre, oder nicht Jahre, aber Sie brauchen bestimmt noch ein bisschen Zeit, bis Sie alle hier im Haus damit vertraut geworden sind, bis alle sich wohlfühlen, das System an der Auskunft zu benutzen. Diese Zeit sollten Sie sich geben. Sie haben ja auch damit zu tun, überhaupt noch Geschäftsgänge zu bestimmen. Wie wird das Discovery-System gepflegt? Wer ist dafür verantwortlich? Trotzdem ist es vielleicht schon mal ganz interessant, über den Tellerrand hinaus zu gucken, Ihre unmittelbaren Probleme. Was kommt da? Es gibt gute Belege dafür, dass das Thema Delivery wichtiger ist als Discovery. Was meine ich damit? Discovery bedeutet ja Entdecken von Literatur, thematisch suchen und so. Mit Delivery ist gemeint, Verfügbarkeit, schnelle, kurze Wege zur Literatur. Das ist eigentlich wichtiger als das Entdecken. So etwas wie hier gibt es in keinem Discovery-System. Wäre aber eine schöne Sache, wenn Sie solche Facetten hätten, wo Sie eingrenzen können, elektronisch, sofort ausleihbar, ausleihbar mit Wartezeit, weil Sie müssen es erst aus, wo ist das Adlershof, das Magazin? Nee, irgendwo. Friedrichshain. Egal. Also Sie müssen das erst herschaffen. Da sagen Sie vielleicht als Bibliothekarin, das ist ja kein Problem. Das sollte man ja schon, das sollte man schon einkalkulieren. Für viele Nutzerinnen und Nutzer ist das dann aber gleich schon die Entscheidung, das ist denn nicht mehr relevant. Wenn ich drei Stunden warten muss, wenn ich zwei Tage warten muss, ist was nicht mehr relevant. Deswegen wäre das eine Sache, die sehr schön wäre, die ist aber sehr schwierig zu realisieren, weil das nur geht, wenn Sie im Grunde genommen live einen Index haben, welche Bücher verfügbar sind oder nicht. Das ändert sich ja. Während ich hier diese Sätze sage, werden wahrscheinlich hier 30 bis 50 Bücher ausgeliehen. 30 bis 50? Das ist mehr, ne? Mehr, ja. Also das ist eine schwierige Sache wieder für die Systemarchitekturen. Es gibt aber auch noch viel Potenzial, um die Suche selber zu verbessern und um zum Beispiel diesem Anspruch zu genügen, bei der thematischen Suche zu begleiten. Also nicht nur zu überprüfen, hat die Stabi ein bestimmtes Buch, eine bestimmte Zeitschrift, sondern auch obskurste Anfragen zu seltenen Themen zu beantworten und da die Literatur zum Thema zu zeigen. Viel diskutiert wird, das hatte ich schon gesagt, das Thema Ranking. Ich fordere ja gerne, dass zum Beispiel Exemplarzahlen ausgewertet werden. Also wenn Leute jetzt 60.000 Treffer haben zum Thema Vulkanismus, was ist dann der Beste? Das ist nicht notwendigerweise das, was das Discovery-System vorne zeigt, aber wenn es ein Aufsatz ist, also zu Vulkanismus, ich weiß nicht, auf Gomera oder so, also wenn es schon ein bisschen spezieller wird, dann wäre, wenn ich 100 Aufsätze hätte, wäre es interessant zu wissen, welcher aus der Zeitschrift ist, die vielleicht wirklich wichtig für Geologen, Geowissenschaftler zu dem Thema ist. Und um das zu entscheiden, haben wir in Bibliotheken eigentlich die notwendigen Daten. Wir wissen ja, dass das Journal of Geology, das ist das prominente Journal in den Geowissenschaften, das hat eigentlich jede deutsche Universitätsbibliothek, an deren Hochschule Geologie gelernt wird. Also wir könnten tatsächlich gucken, welche Exemplarzahlen gibt es, wie viele Exemplare gibt es und sozusagen ein Buch oder ein Zeitschriftenaufsatz ist dann gut, wenn es häufig vorhanden ist. Wir können Ausleihzahlen mit einbeziehen. Da wird viel drüber gestritten, ob man das tun sollte. Das ist natürlich auch ein datenschutzrechtliches Problem, wenn man das aber anonymisiert sollte oder könnte ich mir vorstellen, dass das möglich ist. Wir haben ein Wissen über Verlage, besonders als Fachreferentinnen und Fachreferenten. Was sind Bücher aus guten Verlagen? Sollten wir die nicht nach vorne spülen? Das ist ein informationsethisches Problem, dessen bin ich mir komplett bewusst. Wir wollen ja gerade nicht die Leute alle auf das eine lenken und das finden wir ja in anderen Lebensbereichen schrecklich, wenn alle nur noch bei Sarah und H&M kaufen, sondern wir finden ja eigentlich Vielfalt gut. Nichtsdestoweniger glaube ich, dass viele Nutzergruppen, denken Sie an diese Drive-In-User oder die, die wirklich nur ganz schnell uns benutzen wollen, dass wir denen helfen könnten, besser helfen könnten, schneller und klüger darüber zu entscheiden, welche Literatur Sie benutzen sollten aus diesem großen Meer, was Discovery anbietet. Man könnte auch einbeziehen, wie oft ein Titel in Lehrveranstaltungen verwendet wird. Und ich habe dazu, wie sowas dann aussehen könnte, eine Illustration in Harvard an den Library Labs, ganz große Bibliotheken, leisten sich dann vielleicht auch nochmal so eine Abteilung, die richtig rumspielt und die haben ein Tool entwickelt, was ich total interessant finde, das heißt Stack Life. Da lassen Sie sich das Regal visualisieren und in diesem Fall ist das, je blauer das Buch, desto relevanter ist es und die Relevanz wird tatsächlich danach berechnet, a, wie oft ist das Buch ausgeliehen worden und b, wie häufig haben die Harvard-Profs das in ihren Seminarapparaten stehen oder auf ihren Literaturlisten verwendet. Und das, finde ich, ist ein super interessanter Dienst, der technisch sicher unglaublich schwierig ist zu implementieren, aber das wäre tatsächlich eine bedeutsame Hilfestellung in der Auswahl, wenn ich jetzt nach Econometrics suche, dann bin ich überzeugt, dass ich tausende von Treffern habe, aber da dann den richtigen zu finden. Ein Thema hatte ich schon angeschnitten, was in den Discovery-Systemen, wie wir sie heute kennen, absolut fehlt und was ein richtiggehendem Vergehen der kommerziellen Anbieter ist, ist, dass sie nicht erlauben, dass unsere schönen Normdaten genutzt werden. Man könnte damit automatische Expansionen von Suchbegriffen machen, man könnte Dostoyevsky in allen Transliterationen finden, man kann auch Empfehlungen für Suchbegriffe geben. Wir hatten das im Rahmen von Beluga mal gemacht, da haben wir dann gesagt, wenn jemand Ritterrüstung eingibt, dann wird automatisch auf Ritter plus Schutzkleidung expandiert, was offensichtlich der offizielle SWD-Terminus ist. Aber wir haben da ja ganz viel, was tatsächlich helfen könnte und mit automatischen Expansionen von Suchbegriffen haben schon virtuelle Fachbibliotheken gespielt und das fehlt aber dem Discovery-System, wie wir sie jetzt kennen. Insgesamt ist es ein schmaler Grad, auf den wir da gehen mit dem Thema Discovery. Wir müssen einerseits schauen, dass wir bibliothekarisches Know-how sichtbar machen und besser ausspielen, da gibt es noch viel Potenzial, da sind wir noch lange nicht da. Wir müssen aber auch gucken, dass wir diese Vorstellung loslassen von dem Gemüse und dass große Treffermengen sind schlecht. Da müssen wir möglicherweise das ein oder andere aufgeben. Es gibt noch viel Potenzial, das Zusammenspiel zwischen den unterschiedlichen Systemen zu verbessern, also Bibliothekssystem, LBS, ACQ und so weiter, Discovery-System, Link-Resolver und so weiter. Etwas, was immer wieder gefordert wird, ist sowas wie Austauschformate für Lizenzinformationen. Wenn Sie alles in die ZDB reinkatalogisieren mit den Bestandsangaben, wieso müssen Sie das dann für die elektronischen Journals mit dem Lizenzzeitraum, wieso müssen Sie das dann nochmal bei SFX angeben? Das ist eigentlich ein Unding. Das ist was, wo wir als Bibliotheken mit Verlagen an einen Tisch müssen. Wir müssen die Verlage auch dazu bringen, dass die uns besser helfen und uns aussagekräftigere Daten liefern. Also da sind noch viele spannende Baustellen. Nichtsdestoweniger möchte ich nicht verschweigen, dass es auch sehr ausdrückliche Kritiker des Themas Discovery gibt. Ein niederländischer Kollege hat einen Vortrag gehalten, wo er das Thema als Rückzugsgefecht bezeichnet hat, also gesagt hat, die Schlacht ist eigentlich schon verloren. Die Schlacht darum, wer für das Suchen und Finden von wissenschaftlicher Literatur zuständig ist. Das sind nicht mehr die Bibliotheken. Und Discovery ist nur noch ein Rückzugsgefecht. Das ist ein Stellvertreterkrieg quasi. Es gibt aber auch andere Bibliotheken, die, wie das schwedische Beispiel zeigt, sagen, wir stellen das ganz zentral in den Mittelpunkt. Wir investieren ganz viel Zeit und Geld in die Entwicklung und in die Präsentation. Diese Seite ist sogar mit einem Designpreis ausgezeichnet worden. Also da gibt es die eine und die andere Ansicht. Interessant finde ich einen Aufsatz, der heißt Thinking the unthinkable, das Thema Suche aufgeben. Das ist ein Ansatz, der im niederländischen Utrecht verfolgt wird. In Utrecht hat man sehr früh schon selber ein Discovery-System entwickelt, sich mittlerweile aber dafür entschieden, das Thema ganz aufzugeben. Wenn Sie auf deren Seite gucken, Searching for Literature, Sie können es jetzt wahrscheinlich nicht so gut sehen, dann findet, da steht immer an erster Stelle Google Scholar. Da steht nie an erster Stelle der Katalog. Den Katalog gibt es noch, aber den wollen die eigentlich abwickeln, dass das nur noch so ein internes Instrument ist. Die wollen alles zu Google Scholar pushen und sich darum kümmern, dass man Google Scholar gut mit dem Link-Resolver verheiratet und fertig. Interessanter Ansatz. Nichtsdestoweniger, noch zwei Pro-Discovery-Argumente zum Schluss. Eine Wissenschaftlerin bei uns in Lüneburg, die sich mit dem Thema Zukunft des elektronischen Publizierens, des Publizierens allgemein beschäftigt, hat gesagt, Getting into the Library Catalog may soon be a significant sign of good reputation. Also alles, was im Bibliothekskatalog ist, ist erwiesenermaßen gut, ist erwiesenermaßen qualitätsgeprüft. Und was eine Bibliothek in ihrem Katalog verzeichnet, ist durch die Hände von Fachleuten gegangen und kann deswegen nicht schlecht sein. Das ist ein Potenzial, was wir haben und was man ausspielen kann. Auf dem Bibliothekartag in der letzten Woche, in der vorletzten Woche, war noch das Thema Open Discovery ein Thema. Also warum bei den Anbietern einen Index kaufen für viel Geld, warum nicht Discovery selber machen? Diese Technologie ist oft Open Source, also frei verfügbar. Warum machen wir uns als Metadatenexpertinnen und Experten nicht selber an die Arbeit, aggregieren diese Daten, so wie es die eLib in Bremen macht, aus Bremen kommt dieses untere Bild. Die sammeln also schon seit Jahren, die gehen zur Buchmesse und sagen zu Verlagen, gebt mir mal die Daten für euer Verlagsprogramm, damit ich die in der eLib präsentieren kann. Das könnten wir als Bibliotheken gerade mit unseren Verbundstrukturen als gemeinschaftliches Projekt uns durchaus mal überlegen. Eine amerikanische Bibliothek, Duke, hat ihre ganzen Repository-Daten mit Metadaten von Schema.org versehen und Google Custom Search darauf gelingt und sieht darin die Zukunft für ihr Discovery-System. Discovery gibt es erst seit zehn Jahren. Es gibt noch viel Potenzial. Es kann sein, dass wir in zehn Jahren darüber reden, wie wir hier unsere eigene Google Search Engine haben oder wir feiern hier in zehn Jahren unseren ersten gemeinschaftlich erstellten offenen bibliothekarischen Discovery-Index. Ich glaube aber auf jeden Fall, dass es so ist, also für mich ist Discovery schon eine heilige Kuh, ich glaube, das ist klar geworden, aber ich glaube in der Tat, dass wenn man eine bibliothekarische Zukunft gestalten will, Discovery ein sehr guter Ausgangspunkt ist, weil es uns an so vielen Herzensthemen berührt und so viel Potenzial auch hat. Damit bedanke ich mich und freue mich auf die Diskussion. Applaus